Was wäre, wenn ganz Deutschland statt jeden Tag um 20 Uhr die Tagesschau zu gucken, jeden Tag um 20 Uhr schweigen würde? Was wäre, wenn meine Familie sich vor dem Essen kurz in die Augen geguckt hätte, statt die Augen zu schließen und zu beten? Was wäre, wenn sich anstelle des Konzeptes Religion das Konzept Revolution durchgesetzt hätte? Würde Zeit dann immer noch bei 0 anfangen und bei 24 aufhören? Würde Zeit dann immer noch bei 1 anfangen und bei 365 aufhören? Würde die Sonne dann immer noch im Osten auf und im Westen untergehen? Was wäre, wenn die Revolution der Himmel auf Erden wäre? Was wäre, wenn uns jemand unsere Sünden vergeben würde? Was wäre, wenn wir jetzt alle zusammen am Landwehrkanal in Berlin stehen würden, wo Rosa Luxemburgs lebloser Körper nach einem Blitzverhör im Hotel Eden vor 101 Jahren von der Garde-Kavallerie Schützen-Division ins Wasser geworfen wurde?